Hey, kennt ihr schon die Module von Draconic Evolution? Mit diesen Modulen habt ihr die Möglichkeit, euch eine unglaublich gute Rüstung zu machen, denn mit dieser Rüstung könnt ihr automatisch euch füttern, könnt eine unglaublich gute Verteidigung aufbauen, könnt im Kreativ fliegen und sogar zwei Totem auf Anleihen alle 45 Sekunden einsetzen. Und das einzige, was ihr benötigt, ist Energie. Also schon extrem OP.